Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Serdar Lunatics. Wir sind hier in der Lunatics Dance Base in Berlin in den Wilmastorf Haarkaden. Wir hatten die Ehre, die Choreografie für Mads neues Video zu machen und zwar auf das Lied Nagelneu. Dazu gibt es auch eine Challenge und dazu werdet ihr auch mehr erfahren. Wir gehen jetzt gleich zum Videodreh von Mad, Nagelneu, das ist die Crew. Ich werde dir halt rappen. Ich werde versuchen. Mert in der Haus, Ligelnagelneu. Alle ready. Wir rocken gleich die Bühne, Alter. Die aufwendigste Aufnahme kommt jetzt. Dafür habe ich natürlich die besten. Nagelneu, Nagelneu, Nagelneu. Es gibt eine Nagelneu Challenge. Auf diesem Kanal wird euch der liebe Serdar auch bald ein Tutorial zeigen, wie man den Tanz machen kann. Wer tanzendem Blut hat, ist einfach, wenn nicht, der kann auch einfach so machen. Hier ist alles was du siehst, Nagelneu. Ich mach alles auf, nur starte neu. Nagelneu, Nagelneu, Nagelneu. Nagelneu, Nagelneu, Nagelneu. Hier ist alles was du siehst, Nagelneu. Ich mach alles auf, nur starte neu. Wir haben soeben die Nagelneu-Challenge gestartet und üben schon fleißig die Choreografie und wenn ihr die Choreografie auch lernen wollt, dann schaltet ihr nächste Woche auf unserem YouTube-Kanal ein. Wir sind ready! Seid ihr ready?